Jolle und damit jetzt kommt es in einer neuen Folge. Ja, Gary's Mod. Guck mich an. So, diesmal ohne Lama, das Lama hatte keine Zeit, keine Lust, was weiß ich. Deshalb habe ich mal ein paar Sachen aus dem wunderschönen Workshop heruntergeladen. Unter anderem diese Star Wars Map. Ja. Ja, okay, jetzt ist hier die Weltgrenze. Unter anderem ein paar NPCs, ein paar Objekte. Hier zum Beispiel, äh, was ist das? Ja. Hier ein paar Schifffrackteile. Ja, die sind ein bisschen sinnlos, ich weiß. Gibt es auch ein ganzes Schifffrack oder so? Also, hier an der Front irgendwie, haben hier irgend so Kasten, Dings, Bums, kleines Mini-Teil, noch ein Teil, noch ein Teil, hier ein Ding, hier ein Ding. Ja, irgendwie kann man das dann zusammensetzen, vielleicht, oder so, keine Ahnung. Ich werde es jetzt nicht zusammensetzen. Und, dann hätten wir hier eigentlich auch noch, das ist natürlich, nee, Addons, Tee. Ja, ich habe hier sehr viele Mods. Tada. Wer von euch Dead by Daylight kennt, kennt dieses Gesicht. Jetzt steht er nicht so rumwabbelnd. So, und dazu kommt auch noch seine Axt. Äh, wie rum? So rum, oder? Ja, hier, nimm die mal irgendwie. Irgendwie. So, ja. So ist gut, okay. Ähm. Kann ich das irgendwie, nein, kann ich nicht. Was ich schade finde, ist, dass es dazu keine NPC gibt. Also, ich glaube, das ist das. Tolle NPC. Ähm. Die habe ich auch runtergelassen. Wunderschön hässlich. Ja, toll. Ähm. Den Teil der Map kann ich nicht mehr benutzen. Ja, wir machen einfach mal hier unten weiter. Nein, ähm. Warte, aber ich töte die kurz, okay. Weg. Weg. So, äh. Ich hatte doch irgendwelche Waffen und das Teil hatte ich. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal ein bisschen wirken. Hier, gruselig, gruselig. In die Fresse. Ähm. Ja, das sind nur so ein paar. Uh. Die müssen krass sein. Achso, die hatten wir ja schon. Äh. Ja, knallt doch mal ab. Ja, okay. Was war denn? Habe ich gerade in der Hand. Oh, scheiße. Das ist eine Verfolgungsrakete. Oh. Das ist eine Waffe, die man nachladen muss. Geht. Ja, die ist ja gar nicht. So. Tot. Okay. Ah. Was war das? Das ist. Das ist eine Waffe, die man nachladen muss. Ja okay, brauche ich nicht wirklich. Da habe ich gerade irgendwas gesehen. Oder auch nicht. Warum finde ich das jetzt nicht mehr? Spiderman. Spiderman. Okay. Wow, voll die große Sache. Die Popcornkriege. Was ist das? Jetzt runter. Gehe ich eben so runter. Meine Fresse ey. Wie ist das so schwer? So, äh. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas unter NPCs. Was hatte ich denn? Ich habe das gerade vor zwei Minuten gemacht. Und jetzt schon vergessen. Ja genau. Ah. Zweiter Weltkrieg. Äh. 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 Es verfolgt mich. Äh. 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 Hier. Es wird nicht sterben. Es wird nicht sterben. Ich habe den Wassertank kaputt gemacht. Egal. Äh. NPCs. Genau. Spiderman. Okay. Ja. Hey, buddy. Hi. Kannst du mir nicht folgen? Hm. Ja. Hi. Star Wars The Clone Wars Nice, dann kann man auf jeden Fall ein paar Klonkriege machen. So. Was ist das? Ey, yo, was geht? Ah, Snowtrooper. Ja, hier mein krasser Todeskiller-Squad. Und jetzt kommt hier zack, zack, zack. Was? Was ist mit denen? Falsch. Ja, bleib hier. Tschüss. Ich lass die da einfach mal alle rumstehen und ihr könnt dann da eine Party feiern und ich geh derweilen hier mal um die Ecke. Hier. So. Ne. Oh, der hatte ich schon. Ein Usuf. Oh, der sieht auch cool aus. Der bewegendes Ziel. Oh, der ist auch cool aus. 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 Verwirrungen. Und das Kreuz genagelt. Hier. Ah, okay. Ja, okay. Ich probiere es gar nicht erst durch. Oh, den mag er nicht. Lauft. Next Bot. Ah, ja, ja. Test der PC. Halt Spaß. Kann die irgendjemand töten? Den hab ich mir runtergeladen. Nee. Sniff. Alter. Was ist das denn? Äh. Hm. Ich weiß voll, wovon die reden. Okay, machen wir einfach hier weiter. Äh, uh. Alien. Auch nicht das, Alien. So. Du bist freundlich. Du bist nicht freundlich. Tschüss. So. Aircrafts. Ja, das ist doch ein netter Luftangriff hier. Hier ein paar von denen noch. Tschüss, guten Flug. Hier, ich glaub an die hier. Okay, gut. Das war übertrieben. Oh, wie das leckt. Hier, komm. Nützliches und jetzt aufräumen. Alles weg. Okay. Oh, nee. Nee. Mass Effect. Wo hab ich die denn noch drüben? Ah, der war cool. Gibt's hier denn noch so? Ja, hier, die Ringe. Genau. Äh, verpisst du dich. Oh, scheiße, ist dir die Falschen. What the fuck. Schnell weg, ja. Tschüss. Link, NPC. Link. Weg. Äh. Äh, weg. Äh. Oh, wie süß. Alter. Alter. Miau. Armee wie süß damals im Weg meine Fresse ich bin ja mal in Ruhe Katzen angucken und kann es nicht weil jetzt also ganz ehrlich sie sind es bei einem durchaus cooler machen können ja okay ja ich geb's auf ja Alter ja genau so tschüss okay dann treffe ich nicht treffe ich auch nicht so joker komm mit ich will sehen wie du kämpfst meine bockst du nur guck mich da mal an hier hier dreh dich um dreh dich um wo willst du denn hin wo willst du denn hin ja hauptsache du guckst mich nicht an ja schon klar die 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 was ist das für gegner ich mach einfach weiter ja hier der greift vielleicht mal an hallo joker kämpfe ist das dein ernst joker oh gott ist das tödlich schnell weg hier okay und auf dem weg suchen wir uns mal ein paar schöne okay wir sind durch alles klar das tausweg ich hatte mir nämlich so ein neun runtergeladen ja okay der ist hier nicht drin ente dies wahrscheinlich wie geil kann ich mir damals eine katze oder einen joker herziehen ne das geht nicht oh mein gott wie habe ich es vermisst okay und jetzt weg damit lassen wir nicht mal in massen sterben okay pass auf ich spreche jetzt ein lied okay irgendwie brauch ich was ja das ist so kompliziert okay ich versuche es nochmal ja okay ungünstige taste was los jetzt weg nein hier weg wie komme ich hier weg hilfe x wie komme ich hier flucht nur mal weg mach das weg mach das weg tap danke das sind viele holzspäne okay illusion ich glaube ich weiß jetzt wie das funktioniert mit dem und jetzt und jetzt alter was gibt es hier noch was gibt es hier noch ja okay kann man das irgendwie verbessern hier aha okay ähm brauch nicht pfff minecraft tnt tnt tschüss dann es sieht so witzig aus soll die ganzen sachen überspringen einfach mal die anderen sachen da brennlicht schwert er brauchst du nicht die guthalte dankstelle ja alles klar mit subishi kann ich das fliegen nein man kann es nicht fliegen wer hätte es gedacht das ist so cool oh mein gott er funktioniert diese teile sind so übergeil ja ok man erinnere sich an alte zeiten genau so hört sich das an wenn ich singe nur noch besser ja ok dafür wäre auch für hintergrundmusik gesorgt kann das ding auch irgendwie fliegen so kannst fliegen das und was das er hatte ich ja gar nicht und den hier warte den hatte ich gerade ach keine ahnung vollkommen super hero ich bin jetzt nie wieder europa vorsichtig vorsichtig ganz ganz sanft jetzt hier abflug ja abflug alt das dring schiff 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 aber auch auch so was hier sind wir so gut wie gar nichts nicht wirklich was gröss 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 schiff haben wir eigentlich überhaupt noch irgendwas nachbearbeitung schiff mhm nee ja das hatten wir auch schon aber wir haben es noch nie ausprobiert Warte, kann es sein, dass ich irgendwie hier feststecke. Ja, ich stecke fest. Mama, ich stecke fest. Ey, ne, ich hake das Teil jetzt in die Luft, Mann. Flieg. Wisst ihr was, ich zeige euch jetzt perfekt, wie man eine... ferngesteuerte Bombe baut. Man nehme einfach diese Nuklearbombe hier, mache sie scharf. Friere sie hier in der Luft ein. Fliege ganz weit weg. Das ist ganz wichtig. Ja. Falls man schnell genug ist. So. Und jetzt... Äh, wo ist das? Da so? Ne, da hinten. Und jetzt machen wir einen... Aufschlag. Ist das nicht wunderschön? Ja, so jagt man eine Atombombe hoch. Jetzt wisst ihr es alle. So. Hier ein paar Patrioten auf dem Weg gespawnen. Soll ich mal Selbstmord begehen? Ich bin jetzt Selbstmord. Ich bin jetzt... Oh Gott. Ah. Ah. Oh. Alter, hab ich gesehen, wie knapp das mit diesem Baum war. Das war nicht ganz... Warum der nicht in die Vergangenheit fliegen kann, ist das euer scheißernst. Das Teil... ...hat eine Atomexplosion überlebt. Ach. Ich glaub, das Teil ist unbesiegbar. Funktioniert das eigentlich? Hänge ich in der Weltgrenze fest? Oh Gott, ey. Gibt's ja nicht irgendwas, was hier fun... Funktioniert. Oh Gott. Jetzt fahr. Oh, er fährt sogar. Entschuldigung. Bis er die Unterwassergrenze erreicht. Darf ich vorstellen, ein kaputter Jet, der noch irgendwie fliegen kann. So, äh. Was ich aber eigentlich noch gefunden habe jetzt, ist das hier. Das habe ich, Genie, heute auch noch runtergeladen. Und das ist vollkommen sinnlos. Es kommt hier nicht mal hoch. Ah. Gott. Ah, hier. Ja, hier kommen erst mal da aus dem... ...Boden. Dann nehme ich eben die Hauptstraße. Hier funktioniert heute irgendwie gar nichts. Aber das funktioniert noch. Okay. Das hätten wir ja so dann hier. Das hätten wir schon, das hätten wir schon. Das hätten wir schon. Das kennt ihr alles schon. Hallo. Pass. Geh da durch. Das bringt dir ja alles durcheinander. Das ist wirklich... ...schämlich. Böses Auto. Party. Äh. Ja, okay. Ich gebe es auf. Ich gebe es... ...auf. Das gibt mir mal schöne... ...Qualität von Autos. Gibt es hier eigentlich einen Monster... ...Truck. Der ist doch cool. Aber... ...Ach so. Äh, ja. Ach so, den habe ich zweimal. Mit zwei verschiedenen Mods. Ha. Und zum Abschluss. Ich bin so wunderschön. Weg mit dem Stuhl. Ich muss da noch irgendwas... ...geben... ...was irgendwie funktionieren könnte. Ey, ich habe auch ewig nicht mehr hier reingeguckt, ne. Ich meine, ich kann mir hier irgendeinen... ...Superrechner zusammen schaufeln. Weg. Ähm. ...aus 200 Millionen Sachen. Oh. Und für die Leute... ...die mal wissen wollen, wie man auf einem Server jemanden abfuckt. Passt auf. Man nehme... ...the general. Die größte Platte. Und hebe sie langsam hoch. Immer schneller, immer schneller, immer schneller. Bis man so... ...relativ weit oben ist und... ...auf alles über... ...alles überblicken kann. Und dann... ...nehmt man mal eine Waffe. Und ballert runter. Oder man schmeißt eine Atombombe runter, wie ich es jetzt machen werde. Du... ...fass wär dir über den Wolken hochgegangen. Tschüss. Wir sehen uns. Ist das nicht romantisch? Eine Explosion von über den Wolken... ...mitten an diesen... ...druckwellen. Wunderschön. Ist das wie so ein Strom, der über die Map fegt. Jetzt wird die Atombom einmal so rübergerutscht. Hört ihr auch mal irgendwann wieder auf? Das hatte ich noch nie. Komm her. Komm her. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hä 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 hä. Hä hä hä. Und... ...und... ...Nummer 2. Totale Ausröschung. Ha. Wunderschön. So, äh... ...was gibt's hier... ...da? ...da? Das ist so einfach. Gut, ein Flug. oh die sinkt aber ganz schön ab aber sie trifft noch in die Berge komm schon und something is creating script arrows warum wohl ich schmeiß jetzt so ein ding von hier oben ab so soll das doch gar nicht fliegen oder ich brauche ja und so fackt man halt leute auf einem server ab hier und jetzt feuer oder ja okay ich würde sagen das war's mit dieser chaotischen test folge abflug doch wie aus geht aus geht aus ja okay eine sache bis zu guter letzt noch testen und zwar werde ich wissen wie diese dinge hier funktionieren mit he he ich weiß wie das ding funktioniert und das lama nicht ist nicht so nice so kann ich nicht auf tropedos wechseln okay ausbalancieren ausbalancieren das urboot ist allgemein ein bisschen amasche ich nehme das hier hier kann ich das auch nicht wechseln sehr komischen nicht wechseln 2 1 2 1 2 3 okay warum der jetzt hingeschossen hat abgang tschüss nein nicht so schnell nicht so schnell nicht so schnell hoch 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 man kann man kann ersticken aber das will ich ausprobieren ja okay ja hier okay ich weiß warum das war warum das hier nicht so ganz funktioniert hat das wasser ist hier ein bisschen seltsam was ist das man kann wirklich ertrinken ja okay aber jetzt ist auch wirklich mal vorbei ich hoffe es hat euch gefallen das direktor und bis zum nächsten mal und tschüss dann